Liebe Geschwister, erstmal ein Grundprinzip, man darf nicht für alles an Dua machen, was seinen Neigungen entspricht. Es gibt Dinge, die sind erlaubt und es gibt Dinge, die sind verboten. Wie ist das mit der Lieblingsfußballmeinschaft, Fenerbahce oder Galatasaray, Jimbumbum? Warum? Die Sache hat damit zu tun, dass ein Muslim sein Herz nicht so sehr an etwas hängen sollte, was nicht unbedingt mit der Zufriedenheit Allahs einhergeht. Ich meine, wir brauchen nicht darüber zu reden, wir brauchen nicht darüber zu reden, dass die meisten Leute die Fußballspieler sind. Und ich frage auch einen Experten, sind die meisten praktizierend oder die wenigsten? Absolut wenigsten? Er ist ein Fußballprofi, möge allein sehen. Und ich frage hier direkt jemanden, der vom Fach ist. Und ich weiß das auch, weil ich auch andere Fußballspieler kenne. Ich selber spiele auch Fußball, aber besser ihr guckt mir nicht zu, sonst werdet ihr keine Liebe mehr für den Sport haben. Auf jeden Fall. Eine Frage. Wenn diese meisten Leute nicht Allahs Zufriedenheit anstreben, was schenkt uns dann Liebe ihnen gegenüber? Was? Was? Gar nichts. Jetzt mal angenommen. Auch die Fußballspieler in unseren Ländern, A'udhu Billah, manche haben Ridda gemacht. Die haben den Islam verlassen. Manche beten wirklich den Fußball an. Den Fußball an. Du siehst auch manche Leute, wenn er ein Tor schießt, dann macht er eine Niederwerfung, aber sonst betet er nicht. Wo ist denn der Sinn? Wo ist der Sinn? Deswegen, ja, ich war, unsere Herzen sollten wir nicht an etwas hängen, was nicht unbedingt mit der Zufriedenheit Allahs einhergeht. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Nein, bitteschön. Das ist die Sache. Einer hat mir erzählt, er kam einmal in die Moschee, das war im Ramadan. Jetzt muss ich immer aufpassen, was ich sage, damit man nicht weiß, welche Moschee ich meine. Dann sah er den Khatib auf der Mimba, der hat eine halbe Stunde Dua für seine Fußballmannschaft gemacht. Auf der Mimba. Wir haben ja keine Probleme. Also, in den ganzen muslimischen Ländern ist alles, ja, wie nennt man das? Friede, Freude, Eierkuchen. Friede, Freude, Eierkuchen. In China läuft alles bestens, in Burma läuft alles bestens, in Syrien besser hätten wir es nicht haben können. Subhanallah, in welcher Welt leben wir? Und er macht die gesamte Zeit Dua für seine Fußballmannschaft. Möge Allah uns bewahren und uns und unsere Herzen an das tatsächlich wahre Leben hängen lassen. Allahumma amin. Sehr gut.